Am 31.12. ist Silvester und da werden wir diesmal erstmals ein Silvester-Film veranstalten, hier live auf YouTube. Es werden ein paar Gäste da sein, wir werden coole Games hocken. Und was noch? Also, wie gesagt, Silvester wird hocken ein paar Games, was noch? Wir werden um 12.00 Uhr dann mit der ganzen Kamera und so rausgehen und unser Feuerwerk streamen. Werden es im Hintergrund, wenn das so befällt, Premium. Nein, also anspielen würde ich sagen, wir zocken Titanfall 2 auf der Xbox, das würde ich dann streamen, da bin ich ziemlich gut drin. Und was würdest du streamen? Nintendo Games. Wir haben auch gesagt, Super Smash Bros. mal MK8, mal Mac, wir haben mal genügend Zeit. Einige lustige Games, die werden dann immer so zweit oder auch so dritt, bis zu drei passen, da raufen wir uns nahe zusammen am Rücken auf und so weiter setzen und zocken. Und wie andere Leute setzen wir im Hintergrund und verrecken. Das ist gut. Ja, dann ist es dann auch eine Party, es hat mal eine Party mit YouTube. Genau. Ja, Leute, ihr könnt euch darauf freuen, seid dabei. Und ciao! Ciao, Leute.